Chanty, wo bist du? Hey guys, welcome to my new crib. Nein, Spaß. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich stehe heute mal in einer anderen Kulisse. Und zwar sind wir hier bei einer wunderschönen Finca und zwar auf Mallorca, denn ich bin hier zu einem Musikvideodreh von Topic. Und das Video findet ihr in der Infobox, also schaut auf jeden Fall mal vorbei. Sehr, sehr cool geworden. Und ich dachte, weil das hier so cool ist und weil sich hier so eine coole Finca ausgesucht hat, zeige ich euch die einfach mal, weil das vielleicht auch für den einen oder anderen ein bisschen interessant sein könnte. und ich würde sagen, wir gehen dann direkt mal rein. Das war lecker. Wir haben übrigens auch ein kleines Maskottchen. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwo ist. Chico. Da ist Chico's Cream. Ah, da ist er. Das ist der komischste Hund, den ich je gesehen habe, Leute. Chico. Komm mit, Leute. So, hier sind wir gerade im Eingangsbereich. Teilen wahrscheinlich gerade ein bisschen, aber komm mal mit. Ich zeige euch jetzt also hier links. Ist erst mal richtig geil. Also so richtig, richtig geil. Eine Abstellkammer. Das ist mein Lieblingsraum hier im ganzen Haus. Gedenk. Johnny, Johnny, Johnny. Dann ist hier noch eine kleine, aber feine Küche. Und hier ist dann der Essbereich, den man aber eher so als Technikbereich nutzt. Also, ja, hier liegt so einiges rum. Auch immer wichtig, Fruchtzwerge. Dann sind wir hier im Wohnzimmer. Auch sehr schön eigentlich eingerichtet. Mit Kamin und Fernseher und Boden. Und Hund, der auch farblich hier so passt. Er ist sehr schön abgeschnitten. Alles war ein Baby. Oh, ja. Jetzt gehen wir einmal hoch. Oder wir können ja mal hier reinschauen. Hier ist nämlich auch noch ein Zimmer. Harry Potters Kammer. Harry, bist du da drin? Harry Potter, are you here? Er ist schon in Hauptgruppen. Dann haben wir hier nämlich noch ein Zimmer. Da liegt jemand drin. Irgendwie gerade so. Ja, gut. Und dann gehen wir einfach mal hoch. Auch sehr, sehr schöne Treppe. Dann haben wir hier rechts einmal ein Zimmer, wo niemand drin ist. Aber es hat schon mal jemand drin geschlafen. Oh, ja. Wer war das? Wenn man hier beide geht, kann man einmal ein Badezimmer machen. So ein ganz normales Badezimmer mit schöner Dusche und Badewanne. Aber leider hat uns Marvin das Zimmer schon geklaut. Der liegt hier, Übeltäter. Er hat auch einen schönen Balkon. Ich bin King, Junge. Ich bin King. Ich bin King, Junge. Ich bin King. Ihr seht schon, so ein kleines Sneak Peek. Da sind Pools und da gehen wir jetzt nämlich einfach direkt mal hin. Und ich zeig euch das mal. Okay. Okay. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal nach draußen. Und da sind wir auch schon. Dann, ihr seht, hier haben wir einmal einen wunderschönen Essbereich, der irgendwie gerade ein bisschen, ähm, ja gut, seht ihr ja selbst, wie das aussieht. Zu meiner Linken befindet sich dann die Küche. So, da sind ein paar Sachen drin. Kekse, sehr wichtig. Und so ein paar andere Leckereien. Alles, was das Herz begehrt. Hier ist dann auch so ein richtig schöner Grill. Da haben wir den einen Abend auch schön gegrillt. Hier haben wir dann einen Pool. Oh, Baby. Chico. Chico. Ja, komm. Du bist immer im Bild gewesen. Chico, ey, du musst das bitte. Kamerageiler Hunde da. So, dann haben wir hier auf jeden Fall noch den Pool. Der ist richtig cool. Und da würde ich auch am liebsten jetzt gerade reinspringen, weil es so heiß ist. Aber wir gehen jetzt noch mal zu einem anderen Pool, weil wir haben noch einen zweiten. Ja, ja, ja. Das hat sich gereimt. Echt? Hier haben wir noch einen Pool, das ist richtig cool. Und ich bin voll schwul. Okay. Du weißt schon, dass cool und schwul nicht rein. Doch, cool schwul. Nein. Doch. Wir gehen hier auf jeden Fall hoch. Da hat man hier so eine Wiese mit so Gras und so. Cool. Und dann hier noch einen Pool. Aber Leute, das ist kein normaler Pool. Na, na, na. Na, na, na. Hier ist der magische Knopf und wenn ich den betätige. Kame, kame. Oh, shit. Voll die Zauberkräfte und davor noch am Knopf gedrückt. Okay, ne, wie nicht. Wieder zurück. Jetzt habt ihr ja noch gar nicht gesehen, wo wir beide schlafen. Das zeige ich euch jetzt mal. Wo wir beide schlafen. Kat und ich schlafen. Okay, Leute, also hier ist unser Reich. Wow. Wow, das ist das Zimmer von Kat und Mia. Sehr, sehr schön, sehr schön geräumt. Und das Wichtigste ist, auch sehr, sehr aufgeräumt. Wie gesagt, uns ist Sauberkeit sehr wichtig. Wir legen da großen Wert drauf. Und wenn irgendwas rumliegt, das geht gar nicht. Spaß. Witzig. Ja, und hier ist er noch unser Badezimmer. Klein, aber fein. Ein Waschbecken und eine Tür. Warte, ich muss niesen. Ach, scheiße, warum habe ich es gesagt? Ja. Ach, scheiße, jetzt kann ich nicht mehr niesen. Jetzt steckt es drin, ne? Dann ist hier noch ein anderes Zimmer. Aber das ist eigentlich genau das gleiche. Er ist vertrefflich. Jolly, Jolly. Aber das ist eigentlich genau das gleiche wie da drüben. Hält nur Spiegel verkehrt. Deswegen, das kennt ihr schon sozusagen. Ich weiß gar nicht, was da hinten ist. Weißt du, was da hinten ist? Nein. Okay, nix. Nichts. Wow. Guck mal. Diese Tür war vorher noch nicht da. Leute, ich schwöre euch, die Tür war gerade noch nicht da. Ich weiß nicht, wie die da gerade hingekommen ist. Schroße. Genau, dann haben wir hier noch ein Wohnzimmer, einen Schrank. Sieht aber gruselig aus, gell? Ja, da hinten ist halt auch Küche und Bad. Das kennt ihr eigentlich schon. Wollt ihr nochmal gucken? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Okay, schnell wieder raus, ja? Und was ist eigentlich hier? Noch eine Tür. Ich grieße die Fliesen. Okay. Alter, aber die kennen wir wirklich noch nicht, die Tür, gell? Aber ich glaube... Ist auch abgeschlossen. Alter, creepy! Alter, ich habe Angst, hier auszulutschen. Ich halte dich fest. Und so romantic. Mä! Mä! Ich spreche mit Tieren. Führ uns doch mal zu den anderen Räumen. So Leute, hier sind wir in dem Kerker angekommen. Mensch was, hier ist eine Dusche. Funktioniert die eigentlich? Geil, da müssen wir heute duschen drin, ne? Leute, ich habe gerade die Entdeckung des Jahrtausends gemacht. Schaut mal hier. Da liegt ein Löffel. Warum liegt hier ein Löffel, Leute? Oh mein Gott, Alter! Ich bin gerade voller Scheid. Alter, das ist wohl die creepy Haustür. Wasser tropft, ein Löffel liegt im Beet und Chico kommt einfach angeregt. Leute Leute, ist uns gerade etwas Creepiges passiert, ey. Auf einmal ging die Dusche von selber an, Licht hat geflackert. Ich habe mich gerade hier hinterm Sofa versteckt. Schanti? Habt ihr das gesehen? Schanti? 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 Wo bist du? Aha! Ah! 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 Aha! Auffau! Blutisch! Ein so, Computer spiel so Ding, 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 ding. Kami Kami Okay Okay das war's, tschüss Okay Leute das war's mit der Haustür Ich hoffe euch hat das Video gefallen Hinterlasst mir gerne einen Daumen hoch Wenn das der Fall ist Und hier kommt ihr noch zu meinem letzten Video Schaut euch das auch sehr gerne an Und dann würde ich sagen Sehen wir uns beim nächsten Mal Bis dann Ciao Schaut mich was ist los